Der Allgäu Airport sucht dich. Den Werbestar 2010. Du bist fotogen? Hast eine gute Stimme? Dann komm zum Casting. Freitag, 27. August von 9 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz Memmingen. Und werde der neue Werbestar des Allgäu Airports. Dein Gesicht, deine Stimme, auf Flyern und auf Anzeigen, im Kino und im Radio. Der Allgäu Airport Werbestar 2010. Lass dich entdecken. Komm zum Casting. Allgäu Airport. Einfach hin und weg.